Was wüsst denn von mir? Was wüsst denn von mir? Die war immer brav, die war immer brav. Auch ich werde alt. Jetzt gehen wir schon weg, du brauchst keine Luft rum. Das ist besser für dich. So, wir haben einen Flauch. Das ist besser, wenn man sie jetzt nicht hat. Die hat es nicht leicht. Die hat es nicht einfach. Du kannst jetzt dich gut! Du kannst dich gut! Du kannst dich gut so an, mein Schatz zu schalten! Ja, mein Schatz. Ja, mein kleiner Schatz. Ja, mein Schatz. Ja, mein Schatz. ist Da kommst du raus, süße Zwitschki. Was möchtest du? Was möchtest du davon? Wo ist die Banane? Wo ist die Spiegel da? Was möchtest du? Was möchtest du? Was möchtest du?